Zistus in Canus Zistrosentee Zistus in Canus ist eine mediterrane Pflanze, die sehr reich an Polyphenolen ist und weitreichen untersuchte pharmakologische Wirkungen aufweist. Es gibt fast 20 verschiedene Arten, die zur Familie der Zisterzea gehören. Auf dem heutigen Markt sind viele verschiedene Zistus-Tee-Produkte erhältlich. Dieser Artikel befasst sich mit Zistus in Canus, biologisch angebaut und verarbeitet in Sardinien, erhältlich über Revitalkonzept. In diesem Artikel erfahren Sie mehr über dieses einfache, kostengünstige Heilmittel, wie es Klinghardt bezeichnet. Zistus in Canus ist möglicherweise das nützlichste Mittel, von dem Sie bisher noch nie gehört haben. Viel Spaß beim Zuhören! Zistus in Canus Einfaches, preiswertes Heilmittel? Um es gleich deutlich zu machen, dieser Artikel ist nicht als medizinischer Rat, nicht als Heilaussage, nicht als Heilversprechen usw. gedacht, sondern dient lediglich zu Informationszwecken. Erfasst einige der aus meiner Sicht bedeutendsten Forschungsergebnisse über Zistus in Canus zusammen und soll als Informationsquelle, Schrägstrich, Inspirationsquelle dienen und meine eigene Bewertung und Erfahrungen mit den vorgestellten Zistus in Canus Produkten teilen. Die meisten haben wahrscheinlich noch nichts von Zistus in Canus gehört und sind damit nicht allein. Ich wusste auch nichts über diese Pflanze, bis ich im Jahr 2019 über die Arbeit von Dr. Med. Dietrich Klinghardt, arbeitet und lebt in den USA sowie in Deutschland, gestolpert bin. Klinghardt ist spezialisiert auf die Behandlung von neurologischen Erkrankungen wie z.B. Morbus Parkinson, Multiple Sklerose, Leimborreliose, Kinderkrankheiten wie z.B. Autismus, Lernstörungen, Hyperaktivität usw. Laut Klinghardt ist der kleinste gemeinsame Nenner aller dieser Krankheiten die Umweltverschmutzung. Für die Leser, die mich nicht kennen bzw. an dieser Stelle die Zuhörer, ich arbeite nicht nur als Personal Trainer, sondern eben auch als Heilpraktiker. Um es kurz zu machen, durch mein Wirken in meiner Naturheilpraxis bin ich auf die Arbeit von Dr. Klinghardt, Zistus in Canus und Igor Kampana von Revitalkonzept gestoßen. Als ich von Dr. Klinghardts Arbeit erfuhr mit Zistus in Canus, wurde ich neugierig und führte meine eigene Recherche über diese Pflanze durch. Was ich fand, war für mich wirklich verblüffend. In einem spannenden Interview spreche ich übrigens mit Igor Kampana von Revitalkonzept über die Zistus in Canus Pflanze. Wir tauchen ein in die spannende Welt dieses botanischen Wunderwerks. Lassen Sie sich mitreißen von Igors Fachwissen über Zistus in Canus, daraus gebrauerte Tees, Extrakten und noch ganz viel mehr. Ich verlinke dieses Video unten in der Videobeschreibung. Ansonsten ist es natürlich auch unter meinen Videos aufgelistet auf diesem Kanal. Zistus in Canus. Ein wenig Hintergrundinformation. Die Deutschen sollen sehr gründlich und akribisch sein. Deshalb werde ich hier die Ergebnisse meiner eigenen kleinen Recherche über Zistus in Canus und natürlich alle Quellen, in denen ich die Informationen gefunden habe, für maximale Transparenz zur Verfügung stellen. Wer sich selbst mit diesen Quellen beschäftigen möchte, was ich sehr empfehle, sollte bitte das Ende des Artikels im Abschnitt Literatur lesen. Zistus in Canus soll viele pharmazeutische Wirkungen haben, aber bitte hinterfragen Sie immer alles, was Sie hören und was Ihnen gesagt wird, auch meine, in Anführungszeichen, Perlen der Weisheit. In der Videobeschreibung verlinke ich einen Link zur Textform dieses Videos. Dort können alle erwähnten Quellen dann nachgelesen werden. Also, nachfolgend, was ich über einige der Wirkungen von Zistus in Canus herausgefunden habe. Kein Einspruch auf Vollständigkeit. Entzündungshemmend. Antiviral. Antimikrobiell. Vorbeugung von Husten und Erkältungen. Und der Hemmung einiger Bakterien, wie zum Beispiel Staphylococcus aureus und Escherichia coli. Es gibt auch einige Forschungsarbeiten zur Vorbeugung von Karies durch Pflanzen, die reich an Polyphenolenverbindungen sind, wie Zistus in Canus. Darüber hinaus sollte Zistus in Canus ein großartiges Heilmittel gegen Leimboreolose bzw. Zecken-Spinnenbisse und gegen Retroviren sein. Einige dieser Aussagen habe ich in einem deutschen Kräuterbuch mit dem Titel Die Kräuter in meinem Garten gefunden. Ich verlinke dieses unten auch in der Videobeschreibung. Anbei möchte ich folgendes daraus zitieren. Zitat Die keimtötende, aber auch antivirale Wirkung ist so sprichwörtlich, dass es zu vielen begeisternden Berichten bei Zeckenbissen und anschließender Boreolose kam. Kleinere Studien bei Tieren ergaben, dass die Tiere wesentlich weniger Zeckenbefall hatten, wenn sie mit Zistus gefüttert worden waren. Zitat Ende Entsprechend der positiven Wirkung polyphenolreicher Pflanzen könnte dies auch zur Bekämpfung von Bakterien in der Mundhöhle beitragen. Wittpal zitiert Jeon et al., wenn er schreibt, Zitat Endes Auf Deutsch etwa, Zitat Dieser Effekt könnte auf die Polyphenole zurückgeführt werden. Eine Gruppe sekundärer Pflanzenmetabolite, von denen bekannt ist, dass sie die Anhaftung von Bakterien hemmen und eine antimikrobielle Wirkung haben können. Einige Studien haben gezeigt, dass Zistus eine hervorragende Quelle für sekundäre Pflanzenstoffe ist, einschließlich Polyphenole, aber insbesondere Glycosylierte, Flavonoide und Tannine. Zitat Ende Eine Studie, auf die er in Klammern Wittpal sich bezieht, befassen sich mit weiteren nützlichen Eigenschaften von Zistus in Canus, zum Beispiel Antifungal Activity and Detailed Chemical Characterization of Zistus La Danifer Phenolic Extract Polyphenolische Inhaltsstoffe und Untersuchungen zur entzündungshemmenden Aktivität der traditionellen Arzneipflanze Zistus in Canus L-Punkt in Klammern Zistacea Phenolic compounds in Zistus in Canus herbal infusion antioxidant capacity and thermal stability during the brewing process Correlation between the antibacterial activity and the composition of extracts derived from various Spanish Zistus species A systematic study of polyphenolic compositions of Aquaeus extracts deriving from several Zistus genus species Evolutionary relationship Flavan-3-OLS Pro-delphenidins and further polyphenols from Zistus salvifolius Simultaneous LC-DAD and LC-MS Determination of Allergy tannins, flavonoids, glycosides and A-Zyl-Glycosyl-Flavonoids in Zistus salvifolius L leaves High-performance liquid chromatography with diode array detection coupled to electrospray time of flight and ion-trap tandem mass spectrometry to identify phenolic compounds from Zistus ladenifer aquaeus extract Wie man sehen kann, ist das Forschungsgebiet über Zistus in Canus nichts Neues Im Gegenteil, die positiven Wirkungen von Zistus in Canus sind den Menschen seit Jahrhunderten bekannt Aber in unserer modernen Welt, in der wir uns darauf konditioniert haben lassen medizinischen sogenannten, in Anführungszeichen, Autoritäten zu folgen, ohne deren Rat zu hinterfragen scheint immer weniger Raum für, vor allem kostengünstige Naturheilmittel zu sein Verstehen Sie mich nicht falsch, ich habe nichts gegen Schulmedizin Ich denke aber auch, dass die Verantwortung für unsere eigene Gesundheit bei uns allen selbst liegt und nicht in die Hände einiger, in Anführungszeichen, Götter in Weiß gegeben werden sollte Und vielleicht kann manchmal ein, wie Klinghardt es bezeichnet, in Anführungszeichen einfaches, kostengünstiges Heilmittel, wie ein natürliches Kraut, besser funktionieren als eine teure chemische Behandlung Aber das ist nur meine Meinung, doch die Forschung scheint dies zu unterstützen Ich war zu Gast bei Coach Rush und in dieser Episode seines Podcasts sprechen wir unter anderem über Zistus in Canus Tee Ich verlinke diese Episode unten in der Videobeschreibung Viel Spaß auch dort beim Zuhören Warum Revitalkonzept Warum wähle ich Zistus in Canus von Revitalkonzept? Weil ich immer nur die besten und natürlichsten Mittel konsumieren möchte, egal woher sie kommen Ich werde für diesen Artikel übrigens nicht bezahlt Ich möchte nur meine Erfahrungen mit Zistus in Canus und der Marke, die ich benutze, teilen Nichtsdestoweniger kennzeichne ich das Video der Sicherheit halber trotzdem mal als Werbevideo Ich habe die folgenden Zistus Produkte genutzt Zistus Teebeutel, respektive sogenannte Teepyramiden Zistus in Canus Infusion, also loser Tee Cerovir ProBio Spray Zistus ProBio Tropfen Ich benutze sowohl den Zistus Tee als Aufguss als auch die Zistus Teebeutel Die Teebeutel sind dann eben bequemer, wenn ich zum Beispiel auf Reisen bin oder wenn ich im Fitnessstudio oder in der Praxis bin Andrei sieht man unterschiedliche Zistus in Canus Arten Und an dieser Stelle vielen herzlichen Dank an dich lieber Igor Igor Kampana von Revitalkonzept, der sich die Mühe gemacht hat mir die Unterschiede der einzelnen Arten im Detail zu erklären und mir diese Test-Tee-Packungen und weitere Produkte zum Testen einfach mal bereitgestellt hat Bitte schauen Sie sich mein Video, ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, mit Igor an Dort gehen wir nochmal sehr im Detail auf alle möglichen Infos zur Ernte, zur Aufzucht der Pflanze ein und so weiter und so fort Wie bereite ich meinen Zistus in Canus Tee zu? Um den Zistus Tee zuzubereiten, bedarf es keiner ausgefallenen japanischen Tee Zeremonie Aber es müssen ein paar Dinge beachtet werden, um das Beste aus dem Tee herauszuholen Der ölige Film, der entsteht, wenn ich hochwertigen Zistus in Canus in Anführungszeilen fachgerecht zubereitet habe, sehen Sie im eingefügten Video Im Folgenden zeige ich, wie ich meinen Zistus in Canus Tee zubereite Für den losen Zistus in Canus Tee füge ich ungefähr 2-3 Löffel loser Teeblätter einem Liter frisch gefilterten, mit Bio-Photonen angereicherten alkalischen Wasser Da liegt der pH-Wert ungefähr bei 9-9,5 hinzu Aber auch jede Art von gefiltertem Wasser reicht aus, meiner Meinung nach wenn Sie keinen Zugang zu alkalischem Wasser haben Günstige Filter und Ionisierungsmöglichkeiten finden Sie unter anderem auf meiner Webseite Die Zubereitung finden Sie auch nochmal in separaten Videos auf meinem YouTube-Kanal Ich erhitze die Teeblätter auf etwas über 70 Grad Celsius, aber nie über 80 Grad Celsius um die enthaltenen Polyphenole nicht zu zerstören Danach lasse ich den Tee im Topf mit Deckel und lasse ihn oft mehrere Stunden auf der Herdplatte auf Stufe 1 einfach etwas simmern Dies ist aber ausdrücklich nicht zwingend erforderlich Für Zistus in Canus Teebeutel nutze ich dasselbe ionisierte, gefilterte, kochende Wasser Beziehungsweise es ist ja nicht wirklich kochen, wenn es 70, 80 Grad hat Für einen Teebeutel pro Tasse und lasse diesen dann 2-4 Minuten ziehen Wenn ich dem Tee etwas hinzufüge oder nur umrühre Dann nutze ich einen Keramiklöffel Da Kräuter niemals mit Plastik und oder Metall in Berührung kommen sollten Insbesondere nicht, wenn man die Kräuter erntet Also auch dann sollte man bestmöglichst ein Keramikmesser oder eine Keramikschere nutzen Das mag etwas übertrieben sein, wenn es um bereits gebrühten Tee geht Aber ich bin eben dann in der Hinsicht ein Perfektionist Warum einen speziellen Tee wie Zistus in Canus trinken Und ihn dann vielleicht mit dem falschen Löffel ruinieren Oder dem falschen Besteck Die Stärke kann je nach Geschmack variieren Aber im Grunde genommen ist die Menge, die Sie verbrauchen müssen Umso größer, je schwächer der Tee ist Ich trinke meist 1 Liter Zistrosentee dann pro Tag Aber auch hier empfehle ich, dass vor Gebrauch grundsätzlich der Rat Eben eines Arztes oder vestierten Heilpraktes einzuholen ist Und alles natürlich auf die speziellen Bedürfnisse Und den Individualfall angepasst werden muss Da dieser Tee eben kein medizinischer Rat ist Und auch keinen fachkundigen Rat in Ihrem Individualfall ersetzt Wenn Sie professionellen Rat suchen Dann können Sie mir natürlich auch gerne eine E-Mail schreiben Einfach an info.heilpraktiker-stößlein.de Und dann können wir in Ihrem Individualfall gerne im Rahmen einer Heilpraktikerberatungsstunde Dann in einen sinnvollen Kontext einbinden Und überlegen, ob und wenn ja Zistus in Canus in Ihrem Fall als Einnahme Sinn ergibt Zurück zur Zubereitung Der Topf bzw. die Tasse muss dann mit einem Deckel abgedeckt werden Um das Entweichen der flüchtigen Öle aus der Pflanze zu verhindern Die die wertvollen sogenannten Manoyloxide und Labdanum enthalten Die für den starken Anti-Lime bzw. Anti-Spirochaitel-Effekt verantwortlich sein sollen Ich empfehle die Blätter bei Raumtemperatur zu lagern und bewahre die Blätter nicht im Kühlschrank auf Einmal aufgebrüht kann der Tee den ganzen Tag über warm oder kühl getrunken werden Zistus in Canus von Revital Concept nach meiner in Anführungszeichen fachgerechten Zubereitung Sehen Sie in diesem Bild mit dem schönen öligen Film Wirkt fast wie eine Art Liposom Der bereits zubereitete Tee kann hingegen auch im Kühlschrank dann aufbewahrt Oder in Eiswürfeln oder sogar in Form von Eis dann eben eingefroren werden Es kann auch in Anführungszeichen echtes Stevia oder Xylit oder Manuka-Honig zum Beispiel Oder Zitronensaft nach Geschmack dann hinzugefügt werden Ich empfehle nicht das im normalen Supermarkt meist erhebliche Stevia-Extrakt zu verwenden Dieses oft von recht schlechter Qualität meiner Meinung nach Dieselben Teeblätter bzw. Teebeutel sollten bis zu dreimal wiederverwendet und erneuert bzw. gekocht werden Da verschiedene Substanzen durch wiederholtes Aufkochen und Ziehen lassen freigesetzt werden Beim zweiten und dritten Mal sollen die wertvollen Phenole verstärkt herauskommen als tiefrote Farbe Das letzte Gebräu sollte länger gekocht werden als die vorherigen Ich koche innerhalb von 24 Stunden bis maximal 48 Stunden nach dem ersten Aufkochen den Tee wieder auf Um Schimmelbildung auf den bereits gebrauchten Teeblättern zu vermeiden Eine andere Möglichkeit könnte es sein, drei Aufgöße nacheinander aus denselben Teeblättern zu machen und diese dann miteinander zu mischen Zu meinem Zistus in Kanustee füge ich manchmal 15 Tropfen Zistus pro Bio hinzu Da ich denke, dass dieses die positiven Wirkungen des Zistus-Tees noch verstärken könnte In meinem schriftlichen Blogartikel habe ich dann auch noch zwei Videos verlinkt Also weitere allgemeine Informationen zum Zistus-Tee von Dr. Klinghardt Einmal das Video Dr. Klinghardt des Kasses Zistus-Tee Dieses Video hat leider keine so gute Audioqualität Dort wird aber der Anbau des Zistus in Kanustees in Sardinien gezeigt Und des Weiteren gibt es noch mehr Hintergrundinfos zur Ernte und Verarbeitung Also das zweite Video trägt dann den Titel Zistus-Tee-Grown in Sardinia Nach einiger Erfahrung und der Zusammenarbeit mit Patienten in meiner Heilpraktikerpraxis Stelle ich die Hypothese auf, dass Zistus in Kanus, also die rote Zistrose wohlgemerkt Als selektiver Schwermetall Chelator zu agieren scheint Der Begriff Chelat stammt von Altgriechisch Kele Was Krebsschere, Zange oder Klammer bedeutet Und Chelate sind also Stoffkomplexe, die andere Substanzen Wie eben zum Beispiel Metalle, in Anführungszeichen dann wie eine Krebsschere eben umfassen Beziehungsweise binden können, sodass sie der Körper ausscheiden kann Hierbei handelt es sich ausdrücklich nicht um einen sogenannten Health Claim Sondern nur um meine eigenen Beobachtungen Die keinen Anspruch natürlich auf Vollständigkeit oder Allgemeingültigkeit besitzen Deswegen bleibt es zunächst nur um eine Hypothese Folgendes konnte ich an mir und an denjenigen Patienten meiner Heilpraktikerpraxis beobachten Die täglich etwa einen Liter rote Zistrose als Tee konsumiert haben Zistus in Kanus scheint als selektiver Chelator für einige Schwermetalle Beziehungsweise Übergangsmetalle zu fungieren Als da wären Blei, also Plombium, Cadmium, abgekürzt mit CD Aber auch Zink, Zinn und Kupfer, also CU Gemessen habe ich dies mittels sogenanntem Socek bzw. Oligoscan Infolge des täglichen Konsums von sehr konzentrierten Zistus in Kanus Kam es bei mir laut der Messung zu einer Reduktion dieser Schwermetalle Aber eben auch zu einem deutlichen Anstieg an Zink und Kupfer Paradoxerweise stellt dieser Zinküberschuss aber aus meiner Sicht eine Zinkverteilungsstörung dar Weil es dem Körper an Zink mangelt Deshalb versucht er diesen Mangel zu kompensieren Indem er körpereigene Zinkreserven zu mobilisieren versucht Geäußert hat sich das bei mir durch weiße Flecken in den Fingernägeln Und topischen, also halt punktuellen orangenen Flecken auf den Handinnenflächen Was auch auf einen Kupfermangel zurückzuführen sein könnte Nach Supplementierung durch in Anführungszeichen ausreichend Zink Denn für jeden ist ja was anderes ausreichend Sind diese Erscheinungen mit der Zeit dann aber sukzessiv abgeklungen Ausreichend habe ich deshalb eben jetzt in Anführungszeichen gesprochen Weil wie gesagt für den einen sind 30 Milligramm ausreichend Jemand anders braucht vielleicht 90 Milligramm für kurze Zeit Und die Zufall erfolgt in Kapselform nach der Hälfte der Mahlzeit Werfen wir einen Blick auf das Periodensystem Und wenn wir hier auf das Periodensystem schauen Dann ergibt es durchaus Sinn, was ich in den Zeilen zuvor geschrieben Beziehungsweise hier eingesprochen habe Denn wenn meine Hypothese stimmt und Zistus in Canus, also die rote Zistrose Ein selektiver Schwermetallentgifter ist Zumindest für Blei und Cadmium Dann würde es durchaus Sinn ergeben, dass es ebenfalls Zink aus dem Körper mit ausleitet Denn Zink und Cadmium sind Stoffnachbarn und liegen im Periodensystem direkt übereinander Beide gehören zur sogenannten Gruppe der Übergangsmetalle Zink und Kupfer sind ebenfalls Stoffnachbarn, die direkt nebeneinander liegen Blei hingegen findet sich in der Gruppe der Metalle wieder Zu denen zum Beispiel auch Aluminium, also ein Leichtmetall zählt Bei letzterem konnte ich, zumindest bei mir, aber keine Ausleitung durch die rote Zistrose feststellen Bei anderen Patienten hingegen schon, dies könnte aber auch durch die zusätzliche Zufuhr an Silizium gelegen haben Aufgrund dessen eben meine Hypothese, dass rote Zistrose ein selektiver Schwermetallentgifter zu sein scheint Wer also plant, Zistus in Canus zur Ausleitung von Schwermetallen einzunehmen Der sollte aus meiner Sicht auf jeden Fall auch Zink auf dem Schirm haben Ebenso Kupfer und bei exzessivem Verlust dieser Mineralien an eine entsprechende Supplementierung denken Sofern nicht anderes bewiesen ist, bleibt dieser Erfahrungsbericht also zunächst nur eine subjektive Beobachtung und eine Hypothese Aus meiner Sicht aber interessant und wertgeteilt zu werden Wer diesbezüglich Erfahrungen hat, darf diese gerne in den Kommentaren des Videos teilen Oder mir gerne eine E-Mail schreiben Zistus in Canus Conclusio Zistus in Canus ist wahrscheinlich die Pflanze mit einem wahren Füllhorn an positiven Effekten Von denen man bisher vielleicht noch nichts gehört hat Dieser Artikel zeigt, wie ich zu diesem kraftvollen Kraut gefunden habe Und kann als Leitfaden für die eigenen kleinen Forschungen über diese wunderbare Pflanze dienen Stellen Sie immer alles in Frage, was Sie an Informationen erhalten Weil es Sie in Form bringt Es versetzt Sie also in eine bestimmte Form Und viele Dinge funktionieren, obwohl wir nicht wissen warum Im Fall von Zistus in Canus scheint die Forschung so ziemlich alle in diesem Artikel erwähnten positiven Eigenschaften zu untermauern Siehe dazu die entsprechenden Studien Wenn es um die Einnahme von Kräutern jeglicher Art geht, befolge ich die gleichen Grundprinzipien wie immer Qualität vor Quantität Man sollte nicht auf billige, unreine Zistus-T-Produkte hereinfallen Ich habe mit Igor Kampano von Revitalkonzept gesprochen Und er hat mir versichert, dass ihre Zistus in Canus-Pflanzen auf Sardinien natürlich angebaut werden Ohne den Einsatz von Herbiziden, Pestiziden, Fungeziden, Insektiziden und so weiter Darüber hinaus haben Sie eine besondere Art der Ernte Trocknung und Verarbeitung der Pflanze Außerdem werden im Zuge dessen Insekten etc. entfernt Definitiv ist es so, dass keine verholzten Stängel im Tee enthalten sind Es werden nur die Triebe der Knospen geerntet Also nur der apikale Bereich der Pflanze mit möglichst vielen Knospen So Igor Kampano Aber lassen wir an dieser Stelle Herrn Igor Kampano kurz selbst zu Wort kommen Hey Bernd, ich kann dir übrigens sagen Warum oder was der Unterschied ist Gerade in der Verarbeitung von der Zistrose Wenn man sie händisch verarbeitet Dann kannst du natürlich durch die Ernte relativ im Vorfeld entscheiden Welchen Teil wirst du behalten Behältst du viele Blätter, nimmst du Stängel mit Nimmst du Knospen mit, nimmst du Blüten mit Wir sagen immer, wir zupfen im Grunde genommen den letzten 10-20 cm ab Und die Person, die dann erntet, soll direkt vor Ort sozusagen die Blätter rückwärts abziehen Dadurch bleibt der Stängel übrig Mit sozusagen den zwei letzten Trieben und den Knospen Wird Stängel von diesem Knospen getrennt und der Stängel weggeschmissen Dabei ist es aber wirklich nur der junge frische Trieb Das ist nicht der verholzene Stängel, wie es sonst so üblich bei der Pflanze ist Wenn man dagegen maschinell arbeitet, was wir auch mal versucht haben Und was wir vermutlich ja auch irgendwann einmal wieder machen müssen Für einen Teil der Zestroße, die wir dann vielleicht in Pyramiden verarbeiten Weil aktuell haben wir einfach zu wenig Material Aber das müssen wir dann wirklich schauen, wie die Produktion sich ergibt und so weiter Aber wenn man maschinell arbeitet, ist entweder kein Stängel drinnen Absolut nichts und auch keine Knospen Oder ich muss Knospen und Stängel drinnen lassen Warum? Weil die Knospe genau das gleiche spezifische Gewicht wie das Stängel hat Und bei der Trennung des Materials, dass die Trennung erfolgt über Luftstrahlen Und das heißt, das leichtere Blatt fliegt halt weiter Und der schwerere Stängel und die Knospen fallen halt kürzer und werden dabei rausgefiltert Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum in dieser typischen türkischen und griechischen Zestroße Der hohe Stängelanteil drinnen ist Weil sonst würden sie nämlich alle Knospen mit verlieren Und dann entscheiden sie lieber, das Zeug gleich zu schroten Weil man es beim Schroten dann auch nicht mehr sieht Was ist jetzt wirklich Das siehst du ja nicht War das ein Blatt, war das ein Stängel Wenn es auch noch schön gequetscht ist, der Stängel Dann kommt er dir vor wie ein etwas dickeres getrocknetes Blatt Und deshalb weiß man nicht mehr, was wirklich drinnen ist Die Qualität kann man im Grunde genommen nur beurteilen Wenn man wirklich die ganzen Blätter, Knospen und Blüten sieht Und wenn hier und da dann sogar mal eine violette oder gelbe Blüte drinnen ist Das gelbe ist sozusagen vom Zentrum der Blüte Violett ist, wenn sie gerade am Spriesen war Die Blüte und dann wurde sie geerntet und getrocknet Dann bleibt in seltensten Fällen die Farbe übrig Dann weiß er, dass du richtig guten Tee hast Solange es geschrotet ist, sage ich immer Kannst du die Ursprungsqualität kaum noch beurteilen Ich hoffe, das hat dir jetzt ein bisschen geholfen Zu guter Letzt möchte ich noch auf die Hauptgründe eingehen Warum ich angefangen habe, Zistus in Canus zu trinken Und der Hauptgrund war eigentlich, dass ich sehr gerne Mountainbike Beziehungsweise Downhill fahre Und wenn das Wetter stimmt, vor allem im Sommer eben dann Ja, dann nutze ich das als eine Form des Kardiotrainings Und in der Gegend, in der ich wohne, gibt es Unmengen von Zecken Und ich möchte nicht Opfer dieser fiesen Blutsauger sein Und ich wurde als Kind von Zecken gebissen Und wer weiß schon, ob chronische Borrelose nicht immer noch ein Problem ist Und um eventuell noch anhaltende Borrelien loszuwerden Und neue Zecken etc. zu vermeiden Hatte ich eben angefangen, diesen sehr schmackhaften Tee zu trinken Ja, an dieser Stelle möchte ich mich wieder ganz herzlich fürs Zuhören bedanken Sie wissen alle, wie es funktioniert Teilen Sie gerne den Artikel beziehungsweise das Video Klicken Sie auf Gefällt mir Abonnieren Sie den Kanal Klicken Sie auf die Glocke Dann werden Sie immer informiert, wenn ein neues Video online kommt Und das hilft natürlich ganz herzlich für Sie Dies ist ein kleiner Klick Für mich ist es etwas ganz Großes Weil es natürlich der Verbreitung und für den Algorithmus des Kanals auf YouTube extrem hilft Ja, und abschließend wie immer wünsche ich allen eine energiereiche Zeit Bleiben Sie gesund und bis bald!